Boah, ich dachte schon, ich weiß schon mal. Okay, aber wo ist jetzt das? Jetzt geht's wieder los. Skater. Man, auch nicht besser. Man, auch nicht besser. Nein! Das ist wirklich? Okay. Nein! Ich wollte aber da lang! Oh, jeden Stein magst du. So schön. Ich habe Hunger. Sean, mach mir was. Das ist doch so schnell. Der hat das Spiel jetzt nicht. Nee, mach das doch selber. Oh, was ist das? Wir... Uh! Es wird noch ein Mach. Einer schauen! Was kann ich sagen? In diesem Jahr. Es ist hier nach zwei Minuten. Oh, dunkel. Nein. Ah. Ich würde hier eigentlich gerade in dem Spiel, äh. Jetzt. Na Russland. Grenze. Nach. Ist Sibirien nach Russland? Sibirien ist in Russland. Das muss vielleicht sein. Bei ihm geht ja nicht. Bei ihm wohl kaum. Weißt. Keine Ahnung. Aber dieses Jahr. Wir werden meine Turboleistung echt abkacken. Wir werden es echt wieder weiter fahren. Dann muss ich ja wieder zurücklaufen. Oh ja, Alter muss das machen. Das ist ein alter Spiel. Ist doch gleich da. Guck mal. Was ist das? Etwas zum Reparieren von Flößen. Was haben wir denn hier? Etwas zum Reparieren von Flößen. Etwas zum Reparieren von Flößen. Ich glaube wirklich nicht, dass ich das brauche. Und ich sehe Küchen, dass ich das brauche. Aufgemalt. Hat er gleich 5 Fänge damit serviert? 3. Du sagst es doch 10. Scheiß Fickse. Es tut mir leid schon. Nix da. Nein. Nein. Ein grober Freundschaftsverstoß ist das. Ja. Gegen Freundschaftsklausel. Blah. So, ich stelle wieder zurück. Okay. Auf Youtube ist ja überhaupt nicht ein Kriegsende, wo es funktioniert. Ja. Bei den Videos. Glaub ich das mal wissen. Ja. 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 Guck mal. Ja. Hau. Das geht ja in. Woh. Woh. Nein. Nein, nein! Versuch diesmal links abzubiegen. Ja, nein, nein! Das ist alles. Hinten dann noch auf die Idee. Das ist das. Das ist alles, was ich habe. Ich glaube, die Bezeichnung ist, Blau oder Wack, Wack oder Wack? Ich nehme das, was ich nehmen muss, anscheinend blau. Man dreht sich immer so gut, wenn man spielt. Oh, Leuchtturm. Das muss nicht funktionieren. Bioshock, jetzt grüßen. Es gibt übrigens eine Insel, die heißt Bioshock. Wird definitiv anders ausgesprochen. Diese Insel ist extrem klein, auf ihr steht nur ein Leuchtturm. Das ist ja süß. Bioshock, jetzt grüßen. Ich meine eine Insel, auf der nur ein Leuchtturm steht. Nur ein Leuchtturm. Und sie heißt auch noch Bioshock. Das muss ich mal googeln, wo das ist. Habe ich bei Top 10 gesehen, gehört. Hast du gesehen? AHHHHH! Nein! Hup! 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 Guck mal! Hup! Guck mal! Hup! 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 Ist das noch keine Kerze? Richtig! Ach, schau. Speichermess nach jeder Kerze. Ey, wirklich. Die ganze Scheiße umsonst. Jetzt bin ich aber schlauer. Deswegen ist es schön, wenn du schlauer bist und dann noch wirklich gespeichert. Sonst haben wir weniger. Stopp deine gute Öster. Ach, die scheinen Steine. Ach, die scheinen Steine. Nein. Oh, er nickt dich doch. Was? Was? Es könnte schlimmer sein. Ach so. Was? Das ist aber größer Haken. Ey, das war schon ungefähr. Welche Teile? Ach so. Wir schmeißen die. Oh. 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 Nein, sorry. Ich hab kurz kurz nach kurz zu sehen. Ich hab kurz kurz nach kurz zu sehen. Äh, nein. Ich zeug kurz nicht. Ich hab kurz kurz nach kurz zu sehen. Ah, genau. Was ist das jetzt? Ich hab kurz nach kurz zu sehen. Ach, mir äh... Wirklich ist das hier. Mhm. Er macht sich das jetzt für sowas näher. Mhm. Mhm. Hier! Einfach noch kein Bock drauf. Das ist schon ein großer Junge schon. Was ist das jetzt? Das ist eine willige 0815-Animation. Okay, damals war es das höchste... Ich habe das Spiel auch dumm anmachen bei einem Brennsturm. Nein, das ist alles deine Schuld. Wieso, ich will jetzt so lange zu speichern sein? Ja, ich kann nicht sagen. Nur mit Glück. Ich habe die 50 Chance, entweder. Nein. Das ist ein exzellent Glück zu kriegen. Ich kann auch nicht wiegen als 50-50. Ja, also 70-40 oder sowas. Das könnte natürlich stimmen. Das ist zu Recht. 40, dass ich drauf höre. 70 ist das nicht. 50 Prozent. 50 Prozent. Das ist auch was. Wofür sind wir nicht mehr? Ich bin ja so. 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 Die sind ja so. Ich bin ja so ein Neulander. Das habe ich mal gehört. Das ist ganz nett eigentlich. Wahrscheinlich angemacht mit allen, wenn wir tun heute. Also so dumm angemacht ist beleidig. Da kommt ein Netz auf, äh, häufig ist es auch nicht wundern, äh, naja, wenn wir eigentlich mal fern sind, dann ist es auch nicht. Ha. Und, äh, dann kann ich nur noch zählen. Wie war das? Im Internet? Das ist doch bestimmt illegal. Weiß ich, die Tante hat keiner gesagt. Ich weiß, sie sind bereit. Hat vor allem nicht gezogen. Ich weiß, war ich doch immer. Hab ich dir eigentlich die Seite gezeigt, damals? Kinotheo? Die meine ich jetzt nicht. Ich meine Kinotheo. Äh, wie? Wie geht's doch rein? Ha. Äh, willst du etwas unter dem Anruf? Hä? Hat doch nicht gesagt. Ja, ich hab's nicht mit uns. Ich hab's nicht mit uns. Ich hab's nicht mit uns gezeigt, wenn wir uns alle verbreiten. Ich hab's nicht mit uns aber nicht angeschrieben. Ich hab's nicht mit uns aber nicht angeschrieben. Ha. Hä, hab's nicht mit uns. Wie alt war man da in 10? Ja. Ja. War schon Gymnasium. Schon Gymnasium. Ja. Was ist das? Etwas zum Reparieren von Flößen? Ich glaube wirklich nicht, dass ich das brauche. Ich hab's nicht damit angefangen. Ich hab's nicht damit angefangen. Also, ich mach's nicht mit uns. Das ist legal, Anton. Das ist eigentlich warum so? Kann dafür nicht verhaftet werden. Das ist eigentlich warum so. Äh. Ja. Tch. Nein. Äh. Ich war unbesiegbar während der Rolle. Nee, das ist wirklich cool. Tch. Oh mein Gott, wie viele Parts das sind. Werden. Und zwar immer wieder dasselbe, ey. Oh Mann, ihr werdet euch bestimmt total... Na gut, es sind die anderen schon kurz. Ja, eben nur Kissen. Aber wenn ich werde spielen, also ich werde sagen, dass es ein bisschen langweilig sein kann. Ich glaube, ihr schreibt dann mal, dass sie den ersten Part überspringen können, wenn ich ihn hochgeladen hab. Ja, ne, ne. Äh. Nein! Ach ey, leck mich doch. Laden. Ich hab den Bock dafür jetzt was zu verschwenden. Da muss natürlich noch keiner liegen, wenn wir uns wieder holen jetzt. Habe ich nicht den Tag gespeichert. Ich denke nicht. Das war die Kasse, die da haben. Das haben wir aus der ersten Speicherpunkte. What do you say? Sag, guck mal nach, wo schon die Karte ist. Ja, hab ich doch. Das sah aus hier. Der erste Speicherpunkt, da hab ich runtergeguckt. Ne, der erste Speicherpunkt, da hab ich runtergeguckt. Was ist das? Etwas zum Reparieren von Flößen. Was haben wir denn hier? Etwas zum Reparieren von Flößen. Ohhhhh. Ey, das ist aber immerhin nicht. Ich glaub sogar die gleiche Synchro-Schlürme, wie... Also der gleiche Synchro-Sprächer wie Nino. Ich glaub schon. Ich glaub schon. Weil sowas wird die eigentlich meist beibehalten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nicky hat der auch? Glaube ich seit an originaler Zeit die Leise. Oh ja. Das ist schon so verhalten, klar. Ha, wie mal Mario, der Typ. Ich hab ja immer noch die Augen. Ja, das ist ja witzig. Ja, aber das ist Italiener. Italiener? Nein! Fick dich jetzt! Fick dich, Stein! Fick dich, Stein! Ach... Ich hab das Ding in der Briege noch nicht. Dafür werd ich das genüssig genießen, in allen Leveln nach Level 4. Was du denn gerade spielst? Was? Ja. Na ja, genau. Ich hab ja nicht gesehen. Ich hab ja nicht gesehen. Ich hab ja ein Loch. Oh... Ach, schon. Wolltest du nicht? Wolltest du nicht? Echt? Echt? Ich hab das gar nicht drin bekommen. Ich muss einen besseren Plugs finden. Das ist total verbuggt, ey. Und so. Derki ist nicht zugehörig, das gibt's gar nicht zugehörig, sondern zugehörig. Wo denn? Ich hab ja nicht zugehörig. Aha... Noch eine Kerze. Boah, sie hat zwei. Nein! Ich habe einen gegen ihn Ich habe einen gegen ihn Ich habe einen gegen ihn Ich bin ja voll Nein! Ein Leuchtturm Mitten im Löwen Von Russland Das ist doch mehr Groschen Hä? Ich habe einen gegen ihn Ich habe einen gegen ihn Der ist eine Ich habe ihn nicht gesehen Ich habe einen gegen ihn Nein Ich habe einen gegen ihn Gute anrufen. Sieh, sieh. Ich will nicht das, was du am Anfang angehen. Ich will nicht sagen, was du am Anfang anstattest. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ganz schön. Ich will nicht. 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 Das ist ein bisschen weniger da. Hey, etwas zum reparieren von Flüssen. Da geht's jetzt zum Glück nicht rein. Ich glaube wirklich nicht, dass ich das brauche. Wir warten von als vier bis zum Ausgang. Das ist sowas wie Action-Tipp in der Arte. Eigentlich nicht. Glaubst du eigentlich auch dieses komische Knacken? Beim Ton? Wenn nein, dann sind deine Kopfhörer kaputt. Die hier? Du musst mir ja wirklich neue kaufen. Ach gut. Ach, noch gehen sie. Ja. Ach, das kommt halt so random. Kommt immer so. So was sehen wir jetzt. War ja eh schon kaputt. Images. Ich bin jetzt auf die Liste. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Ach, läufst du. Was soll ich jetzt speichern? Du musst immer runterfallen, und dann muss man losgehen. Halt doch die Fresse an, Anton. Halt doch einfach die Fresse. Wenn du noch einmal etwas sagst, dann vergewaltige ich deine Fresse. Ich vergewaltige deine scheiß Fresse an. Siehst du was? Ich vergewaltige deine scheiß Fresse an. Okay. Jetzt kann man natürlich auch umschränken, dass da eine Messi-Folge ist auf Messis. Schau, kennen Sie mich. Hey, wieso Messi? Dann wird es auf der Messi-Folge auf dem Platz ausmachen. Ach so. Ähm, hier. Hier haben wir einen Formbund. Und Messi. Jetzt wissen wir, dass sie bei den Reformbunds, Anton. Nein. Sieht nur so aus. Wie geht die Tür auf? Ja, das sind andere. Ohne meine Hypothese. Das Grund ist, ähm, das eigentlich automatisch mit dem Ausland. Das ist ziemlich krassig was. Der Teint sieht sich aus über Louis. Ja, da wohnt. Er hat die Konfetten. Ja, ein Louis Louis. Das ist eine Tür. Es ist eine Tür. Aber ich scheine sie von dieser Seite. Ich überlege, wie ich da reinkomme. Was? Es ist eine Tür? Oh mein Gott. Die Erkenntnis des Jahres. Oh mein Gott, Baby. John Night Green, John Night Green. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie komme ich da jetzt rein? Bei den Augen, oder auch auf dem Motiviert man schon betracht. Oh. Du hinst so weit in vortrag? Ah, so weit! Das ist eine große Frau. Nein. Nein. Nein, ich werde es nicht, du! Also einfach reinspringen, wenn ich da drin bin, passiert nichts, ne? Ich halte ihn nicht! Verspeichere, bitte schön! Versuehst du zu speichern? Nein! Du ziehst einen Hebel ohne vorher zu speichern? Du ziehst einen Hebel ohne vorher zu speichern! Hey, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Möchtest du bitte speichern? Ja, okay, jetzt speichern! Ja, gut! Du fühlst dich wohl sicher, wenn du speichern! Ja, du! Ja, ich bin bestimmt nicht! Ich weiß nicht, ja! Ich weiß nicht, dass ich hier so gut stehe! Oh, ja! Ja, ne? Das war zur Demonstrationshema! So sieht er aus, wenn er von der Kette kommt! Wenn er gegen die Wand... Noch eine Kerze! Den Hoden sagt ins kalte Wasser hängen! Einfach zu kalt! Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy Ich will wirklich wissen, warum sagt ihr das, dass man das machen soll? Ich will auch nicht. Hier war's ja schon. Ey, da hätten wir das ja in einem Rutsch machen können, warum sagst du mir das nicht vorher? Du musstest danach das Einbruch haben, ich wusste nicht welche. Halt doch die Fresse, du wusstest ganz genau, du wolltest mich nur leiden sehen, wie ich ja alles mehrmals mache. Du musstest nicht veranlagten, du musstest nicht veranlagten. Du musstest nicht veranlagten, du musstest nicht veranlagten. Oh ey, kann's dir denn keine Short-Card geben, wo ein Super Stylish mit Cinemagic 5000 gemachtes Video kommt und ich fahre an die Steine? Was machst du mit den Short-Cards mit Cinemagic? Short-Card. Mach mal. Ja. Ja. Cutscene. Du musstest nicht veranlagten. Ja. Genau. Ne, das ist wichtig. Ja. Ich hab's ja gut gemacht. Vielleicht bringt das ein Mal ja wirklich was, wenn man wirklich gut fand. Den muss man auch noch so machen. Äh. Ja. 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 Ich will auch einen Keks. Ich will auch einen Keks. Gib mir jetzt einen Keks. Naja, das ist auch möglich. Der Pech, dann weiß ich was anderes. Die Milchschnitte. Aber, auf jeden Fall einen Frit gegeben. Ja, oh ein Frit. Ja, wir haben noch all diese Kohlen gegessen. Naja, okay, das ist gut. Jetzt verzichte ich das. Ne, das habe ich nicht gesagt. Warum hast du dagegen gesagt? Mein Boot war eh schon kaputt, wie gesagt. Aber du bist hier scale-los. Ach du bist hier scale-los. Gleich muss ich wieder pannisch rein. So, escape, 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 escape. Da kann ich nicht escape. So, ich muss das nur links. Oh, da war ja ein Stein. Oh, da war ja ein Stein. Oh, da war ja ein Stein. Ich muss noch nicht. Ich muss noch nicht warten. Ich muss noch nicht auf die Seite schauen. Ich muss noch nicht auf den Kopf. Ich muss noch nicht auf die Seite gehen. Ich weiß nicht, was da ist. Ich muss noch nicht auf die Seite stehen. Ich höre was. Das ist ein Typ Musik. Das ist das Schwerste, um mich zu lassen. Ist auch um Schwerste zu erreichen. Ich habe es um Schwerste zu erreichen. Aber du, ich habe uns zu groß gedacht. Hier ist 8. Ich bin ein Kumpel. Ich bin ein Kumpel. Ich bin ein Kumpel. Oder bei Road Legacy. Oder bei Road Legacy. Oder bei Road Legacy. Dann bin ich in der Weile. Dann bin ich nicht. Was spricht denn da rum? Achso, ist der Falle. Ich würde ja sagen, das ist ein nötiger Grund. Ich weiß nicht, was ist denn? Was ist denn aufs Reet? Bein Reet? Was ist denn da, da? Wir müssen doch wenigstens zauern. Da ist eine schöne Karte. Vielleicht kannst du das an. Vorher muss ich mir auch... Anton, nicht helfen. Oh, nee, gut dahinter. Mach dich damit. Ich weiß nicht, ich wollte hier nur drehen. Nein, dann legst du da rein. Ah, interessant. Haha. Clever. Genau. Ich lebe. Oh, da sterbe ich bestimmt. Wurde, komm und da müssen wir. Das ist ja irgendwie anders. Alles klar. Aber keine Kiste. Was, was? Was? Du. Was? Vielleicht noch mal. Vielleicht noch mal. Vielleicht noch mal. Doch, was du laberst. Was? Nur Müll im Kopf. Oh Scheiße. Ah, das kann nicht jeder. Auf dem Markt, ich schreibe. Höchst Informatie. Oh ja, ich hatte die Karte. Ah, ich hatte die Karte. Boah. Skill hat er. Skill. Was ist das denn? Tötet mich das? Was ist das denn? Ich spiele es dir gerne. Äh. Da springt er einfach durch. Ich hätte gerade den Kopf aufschlagen. Nein, ich hätte gedacht, er stirbt. Vom Fallschirm. Ach nee. Oh Gott, ey. Voll beschissen. Eh. Nee. Eine durchaus interessante Erfindung. Aber wozu? Um es Leuten schwerer zu machen, einer in Karts ranzukommen. Alles klar. Für eine typische Minecraft-Falle. So, eine typische Minecraft-Falle. Alle Pisten. Und da geschlagen werden. Und, dann geht's auf. Die Manchester-Meeting-Falle. So. So. Wall-One. Wie ein Mero-Sange. Da trifft er eine Wand. Und wir gehen unter ihm flief. Ich glaube, ich muss hier für keinen Anruf nehmen, oder? Nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin echt nicht mehr. Hier oben ist der Anrufzeit. Ja, genau da sterb ich. Du warst ja unter dem Anruf. Ich habe keinen Bock mehr. Du warst das für den Ersten. Okay, ja stimmt. Man kann ja direkt laden. Stimmt ja. Ah, okay. Bis denne, meine Freunde. Haut rein. Schauen kann ich mehr. Erstmal Spiel verlassen. Hört die Aufnahme automatisch auf, ne? Kann sein. Musst du eigentlich. Na ja. Haut rein, YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boah, das ist ja schon so viel, ey. Dann haben wir gemacht. Lang genug. Oh, nur 23 Minuten, ich habe eine. Eine Stunde ziehen. Das sind dann auf jeden Fall schon mal zwei Paunen. Ab irgendwie 30 Minuten. Ach ja, aber erst mal schon ein bisschen. Vielleicht ist das am besten, bin ich eigentlich fast fertig. Dann bin ich jetzt fast fertig, wenn ich es geschafft habe. Dann noch die Kerzen hinbringen. Ja. Und dann? Fertig. Achso. Oh. Render? Ja. Achso, ja, stimmt. Das hier, die Aufnahme muss noch beendet werden.